Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Beyond Reanimator vorstellen. Dieses wurde am 28.10.2018 von Capelot veröffentlicht. Zeitgleich erschien auch ein Shock Entertainment Mediabuch, dessen Cover könnt ihr auf der linken Seite betrachten. Dann hier einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir einen Audiokommentar, eine Tonspur mit isolierter Filmmusik, mehrere Interviews, ein Making-of, eine Bildergalerie und natürlich auch den Original-Trailer. Dann schauen wir jetzt einmal ins Innere. Da haben wir einmal die Blu-ray und einmal die DVD. Und wie üblich bei Capelite passen sich die Scheiben dem jeweiligen Hintergrund immer an. Als Deckblatt lag dann diese Karte dem Mediabuch bei und auf der Rückseite haben wir dann einmal eine Übersicht der bis dato erschienenen Veröffentlichungen. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 24-seitige Booklet mit einem Text von Christoph N. Kellerbach blittern, wo wir neben diversen Infos zum Film auch noch einige Bilder aus demselbigen sehen können. 13 Jahre mussten vorgehen, bis wir 2003 endlich die lang ersehnte Fortsetzung zu Bride of Reanimator bekommen sollten. Da durfte ich endlich Beyond Reanimator von EMS auf DVD in den Händen halten. Und das Besondere daran war, dies war der erste Teil der bis dato erschienenen Trilogie, der komplett umgeschnitten in Deutschland veröffentlicht werden durfte. Und dies, obwohl es hier nicht gerade zimperlich zugeht. Und wir dürfen einige extrem blutige und wirklich gelungene Spezialeffekte bestaunen. Aber das Wichtigste ist, Jeffrey Combs kehrt in seiner Paraderolle als Dr. Herbert West zurück. Und er ist leider auch der Einzige, der zurückkehrt. Ansonsten taucht keiner der Darsteller aus den beiden Vorgängern hier auf. Für mich ist allerdings Beyond Reanimator der schwächste aller drei Reanimatorenfilme. Aber kommen wir einmal zum Inhalt des Films. Mittlerweile sind 13 Jahre vergangen, seit Dr. Herbert West wegen seiner Experimente an verstorbenen Menschen verurteilt und hinter Gittern gebracht worden ist. Heimlich setzt er jedoch im Gefängnis seine Forschung mit Ratten fort und scheint endlich den Durchbruch erreicht zu haben. Sein Nanoplasma lässt die Toten nicht mehr als willenlose Zombies auferstehen. Durch die verbesserte Substanz erhalten sie nun auch ihre ursprüngliche Persönlichkeit zurück. Im Glauben an seinen Erfolg beginnt er nach und nach Leichen zu reanimieren. Doch sein vermeintlich todsicheres Serum zeigt unerwartete Nebenwirkungen. Erneut setzt West eine katastrophale Kette von grauenvollen Ereignissen in Gang. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lass gerne ein Abo oder Like da. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!